Wenn ich Podcasts abmische und schneide, dann mache ich das in Studio One und dir empfehle ich das übrigens auch. Denn dass das mit Studio One schon komplett kostenlos geht und welche geheime Funktionen mir beim Podcast schneiden schon unzählige Stunden an Arbeit und Ärger erspart hat, das verrate ich dir in diesem Video. Hi, ich bin Jonas vom Recording Blog, schön, dass du wieder dabei bist und neben Mixaufträgen für diverse Bands bearbeite ich natürlich auch regelmäßig Podcasts in meinem Studio. Natürlich nicht nur meinen eigenen Podcast DAW-Versteher, nein auch diverse andere Podcasts. Und für Podcasts gilt natürlich, wie auch für Musik, dass man die Stimme oder wahlweise die Stimmen, wenn sich mehrere Leute im Podcast unterhalten, gut verstehen können muss. Und natürlich auch, dass Versprecher zu viele Amps, Huster, Störgeräusche und so weiter rausgeschnitten werden sollten. Einen guten Sound einzustellen geht eigentlich je nach Aufnahmequalität verhältnismäßig schnell. Und wie du das mit Hilfe eines ganz normalen Equalizers in nur drei einfachen Schritten selbst hinbekommst, das habe ich dir in einem separaten Video schon mal verraten, das ich dir gerne am Ende von diesem Video nochmal verlinken kann. Der Sound geht also verhältnismäßig schnell, der Schnitt dagegen kann nicht schon mal eine ganze Menge zusätzlicher Zeit kosten. Wie gesagt, Huster, Störungen, vielleicht ist dir was rausgerutscht, was du im Nachhinein doch lieber nicht gesagt hättest und so weiter. Das kostet alles eine Menge Schnittzeit, allein schon, weil man den 60-minütigen Podcast dafür ja von vorne bis hinten nochmal komplett durchhören muss. Und das ist doch klasse, wenn man mit einer Software arbeitet, die einen beim Schnitt nicht ausbremst und ärgert, sondern perfekt unterstützt. Am besten auch noch kostenlos. Und das ist für mich Studio One. Werbepause zu Ende. Oder Werbung eingeleitet? Keine Ahnung, ich will gar keine Werbung machen, ich bin einfach nur so begeistert. Von Studio One gibt es übrigens nämlich auch eine abgespeckte Gratisversion mit dem Namen Studio One Prime. Und die hat den großen Vorteil, dass vor allem die professionellen Schnittfunktionen unangeschränkt zur Verfügung stehen. Also Schneiden, Kreuzüberblendungen, Gruppieren von Spuren und natürlich auch die eine Spezialfunktion, auf die ich nicht wieder verzichten möchte und du sicherlich nach diesem Video auch nicht mehr. Und allein für den Schnitt lohnt es sich schon, Studio One Prime zu installieren. Falls es übrigens nicht unbedingt gratis sein muss, empfehle ich dir auf jeden Fall die knapp 100 Euro günstige Artist-Version von Studio One, mit der du nicht nur Podcasts, sondern eben auch wirklich aufwendige Bandproduktionen professionell aufnehmen und abmischen kannst. Wie zum Beispiel die Spuren des Monats im Recording-Blog-Premium-Bereich. Und wenn du dich fragst, was es damit auf sich hat, dann verlinke ich dir auch das nochmal in einem ausführlichen Video am Ende von diesem Video hier. Jetzt geht es aber rüber. In Vorbereitung des Schnittes habe ich erstmal eine Session angelegt und darin zwei Spuren angelegt. Eine heißt Björn und eine heißt Jonas. Passenderweise für meinen Podcast DRW-Versteher. Da ziehen wir jetzt erstmal hier die Spuren rein, die habe ich vorbereitet. Das sind die Aufnahmen und die werden jetzt hier ins Projekt reingezogen und platziert. So, da sind sie schon mal, weil die unterschiedlich laut sind, werde ich die jetzt erstmal normalisieren, indem ich hier beide markiere und dann die Option-Taste drücke und N drücke zusammen. Damit werden die normalisiert. Das heißt, die lauteste Stelle wird jetzt auf normal 0 hochgezogen, einfach nur per Clip-Gaining. Und dann kann ich hier per Clip-Gaining das Ganze wieder 3 dB runterziehen, damit ich ungefähr ein bisschen Luft habe für meinen Kompressor und so weiter. Aber jetzt ist es schon mal insgesamt ausgeglichener und lauter. Das heißt, unterschiedlich laute Spuren sind ausgeglichen. Das habe ich dann gemacht. Dann als nächstes zwei Channel-Strips reingeladen, die habe ich schon mal vorbereitet. Mit dem ich die Stimmen ungefähr ein bisschen vorbereitet habe. Vorbearbeitet habe einmal mit Kompressor, mit einem Low-Cup, mit einem Kompressor, mit einem bisschen Equalizer. Das ist nur Basisbearbeitung. Damit die Stimmen ein bisschen besser klingen. Das erspare ich dir jetzt an dieser Stelle. Wie gesagt, am Ende des Videos nochmal einen Link dazu, wie du deine Stimme mit drei einfachen EQ-Moves bearbeiten kannst. So vorbereitet werden die Spuren jetzt noch für den Schnitt vorbereitet quasi. Der Sound steht jetzt also und jetzt markiere ich beide Spuren und gruppiere die erstmal. Denn wenn man zwei Stimmen aufnimmt bei einem Podcast, ist es wichtig, dass auch beide beim Schnitt zusammen bearbeitet werden. Nicht, dass sie auseinanderlaufen und dann hinterher totales Chaos im Podcast ist. Einfach markieren, dabei die Shift-Taste halten. Beide Spuren markieren. Rechte Maustaste drauf und dann einfach ausgewählte Gruppen, ausgewählt Spuren gruppieren wählen. Dann wird eine Gruppe angelegt. Die nennen wir mal beide Stimmen. Und beide Stimmen werden jetzt hier unten links, gibt es noch einen kleinen Knopf. Da werden die Gruppen angezeigt. Wenn man das hier macht, dann wird hier ein Menü angezeigt. Hier werden die beiden Gruppen im Kanal angezeigt, beiden Stimmen im Kanal angezeigt. Und hier ist die Gruppe. Da kannst du jetzt noch mit rechts draufklicken und auswählen, was alles bearbeitet werden soll. In diesem Fall jetzt aber nur die Bearbeitung, also der Schnitt. Das heißt, den Rest stelle ich komplett aus. Mache ich jetzt einen Schnitt also in einer Spur, wird in der anderen Spur gleichzeitig mitgeschnitten. Damit der Schnitt schneller vonstatten geht, lege ich mir noch ein alternatives Werkzeug zurecht. Hier oben links kann man nämlich bei dem Mauszeiger hier noch sagen, okay, das ist ein ganz normaler Mauszeiger. Wenn ich aber hier alternatives Werkzeug wähle, dann kann ich mir hier noch ein Skalpell parat legen, das dann immer abgerufen wird, wenn ich die Kommandotaste beim Mac oder die Steuerungstaste beim PC drücke. Wie du hier siehst, kann ich jetzt hier einmal reinzoomen und dann siehst du, dass aus meinem Mauszeiger jetzt plötzlich ein Skalpell wird. Hier kann ich also ganz normal schneiden. Damit sind die meisten Vorbereitungen im Prinzip schon getroffen. Wir haben den Sound vorbereitet, wir haben die Spuren soweit vorbereitet und wir haben das Schneidewerkzeug zurechtgelegt. Hören wir mal an dieser Stelle rein und wir haben die Spuren natürlich gruppiert, genau. Hören wir also jetzt mal rein, wie es hier an dieser Stelle gerade steht. Es kommt immer irgendwie ein Element dazu, irgendwie die zweite Stimme, der Bläser, dann der dynamische Wechsel runter. Okay, da haben wir schon ein Paradebeispiel, der, der, der. Ich sage da mehrfach der, also nehmen wir das einfach mal raus. Gucken wir mal, das müsste hier diese Stelle sein. Der, der, der dynamische. Lassen wir nur das letzte der mal stehen. Ich drücke mal auf die Taste Kommando bei mir oder bei deinem PC ist es an Steuerung und damit wird aus meinem Mauszeiger das Skalpell und ich schneide hier erstmal am Anfang von dem der und am Anfang von dem der, was übrig bleiben soll. Und diesen Teil, wenn ich den jetzt markiere, siehst du, dass der auf beiden Spuren markiert wird hier. Kann ich dann hier einfach mit der Entfernen-Taste rauslöschen. So, jetzt haben wir da eine Lücke, also müssen wir die Spuren noch da ranführen und damit sollte das im Prinzip noch erledigt sein. Beide noch markieren und den Übergang noch mit Kommando X, mit einem Crossfade sauber machen und schon klingt es wie folgt. Der Bläser, dann der dynamische Wechsel, die zweite Stimme, der Bläser, dann der dynamische Wechsel. Im Prinzip sauber, aber umständlich. Du musst erst freischneiden, dann musst du es rauslöschen, dann musst du ranschieben, dann musst du den Crossfade machen. Einfacher geht es mit der Spezialfunktion, die ich dir jetzt zeige. Also, wir machen nochmal folgendes. Wir schneiden nochmal genau die Stelle, die wir hier raus haben wollen und jetzt aktiviere ich die Spezialfunktion, die nennt sich, hier oben ist sie zu finden, die nennt sich Ripple Edit. Und Ripple Edit hat den großen Vorteil, wenn ich das aktiviere, wenn ich dann diesen Teil, den ich freigeschnitten habe, rausnehmen möchte, dann passiert folgendes. Der rückt den hinteren Teil direkt passend an den vorderen Teil ran. Und zwar egal, ob dahinter auch jede Menge Schnitte sind oder sonst was irgendwie. Alles wird einfach, was dahinter ist, vorangezogen und klingt dann sofort relativ sauber. Hören wir mal. Blitzsauberer Übergang und wenn es an der Stelle noch knacken sollte, könntest du immer noch beide markieren und dann einmal Kommando X drücken. Dann hast du noch ein Crossfade gesetzt. Aber im Prinzip, das Randrücken ist perfekt und schneller geht es eigentlich gar nicht. Nur den Bereich eben freischneiden oder du kannst den sogar markieren und rausnehmen. Wenn du hier oben links draufklickst, kannst du einen Bereich einfach hier im oberen Bereich hier markieren. Wenn du das hier raushaben möchtest, wird dann direkt so markiert. Kannst du rausschneiden. Zack, wird mit Ripple Edit sofort rausgenommen. Du kannst rucki zucki deinen Podcast bearbeiten. Einmal nochmal eben gegenhören und schon hast du es geschafft. Dein Podcast ist rucki zucki bearbeitet. Alle Amps, Stöhner, irgendwas, was du nicht sagen wolltest. Alles raus. Die geheime Funktion Ripple Edit. Ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt. Und falls du jetzt noch wissen möchtest, wie du deinen Podcast mit einfachen EQ-Moves nochmal auf das nächste Level heben kannst oder dich über den Premium-Bereich informieren möchtest, dann kannst du das gerne bei diesen Videos hier machen und kannst dann da nochmal reinschauen, was es damit auf sich hat. Wir sehen uns beim nächsten Video hier im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir von Gutem wie immer nur das Beste. Mach's gut und Yassu!